Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin CDB, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer außerordentlichen News, denn wir haben eigentlich gedacht, dass das Ganze reicht, wenn wir das am Wochenende abspielen, aber die Lage spitzt sich gerade scheinbar so ein bisschen dazu und es geht natürlich um das Thema OMSI 2. Und so schaut's aus. Am Sonntag um 13.24 Uhr kam ein Post von der Janine, die folgendes im offiziellen OMSI Forum geschrieben hat. Hallo ihr Lieben, mit dem heutigen Tag kündigen wir euch an, dass das OMSI Forum mit Wirkung zum ersten Mal auf ein Minimum heruntergefahren wird. Das bedeutet, wir schließen den Community-Bereich und nicht lebensnotwendige Foren unter Addons und Support. In allen verbliebenen Foren können nur noch die Ersteller einen Tweet und moderiert schreiben, alle neuen Tweets und alle Posts in fremden Tweets müssen freigeschaltet werden. Das übernimmt der neue, rein funktional arbeitende Moderatoranstab. Funktional bedeutet, dass alles, was freizuschalten ist, kurz auf seinen Mehrwert und die Einhaltung der Nettiquette hin beurteilt wird. Hilfreiche Beiträge sind also weiterhin hoch willkommen. Euch verbleiben vor allem die wichtigen Support-Bereiche sowie Addons und Donuts offen. Marcel und ich möchten uns künftig voll und ganz dem neuen Projekt Lotus Simulator widmen und daher die Aktivitäten rund um den in unseren in die Jahre gekommenen Simulator um sie reduzieren. Unser Dank geht an die Moderatorin, die den Laden hier so lange allein geschmissen haben und natürlich an euch, die Community, die das Forum am Leben hält. Liebe Grüße und bleibt gesund, Janine und Marcel. Bereits dann am Sonntag, denn um 16.54 Uhr meldete sich Marcel Kuhlend. Hier gab es offenbar einige Verständnisprobleme, daher hier nochmal die Punkte im Einzelnen. Erstens, das Forum bleibt grundsätzlich offen und schließt nicht. Zweitens, lediglich die Kategorien Community-Bereich schließen wir für neue Beiträge, weil die Beiträge dort nicht unmittelbar mit OMSI zusammenhängen und wir diesen Bereich damit nicht mehr moderativ betreuen müssen. Drittens, die anderen Forenbereiche bleiben weiterhin für Beiträge geöffnet. Die teilweise anfallenden Freischaltungen durch die Moderation erfolgt nur zur Kontrolle auf netiquette Konformität. Die Moderation wird dadurch wesentlich einfacher, denn etliche Konflikte müssen im Nachgang nicht geschlichtet werden, sondern entstehen erst gar nicht. Auf diese Weise können wir uns neben der eigentlichen Arbeit für Lotus weiterhin um das OMSI-Forum kümmern, das dann aber nicht zu viel Zeit verschlingt. Viertens, eine Übergabe des Forums an die Community mit Verwaltung durch Dritte funktioniert nicht, denn das Forum bleibt untrennbar mit der Entwicklung OMSIs verbunden und kann daher nicht einfach so aus der Hand gegeben werden. Viertens, grundsätzlich wird nichts aussortiert oder gelöscht, alles Vorhandene bleibt weiterhin sichtbar. Janine meldete sich am Sonntag, denn 19.57 Uhr zurück. Ich lese vor. Ihr Lieben, nutzt die Zeit bis zum 1. Mai, um euren Umzug zu organisieren. Tut euch zusammen, gründet ein neues Forum, zieht in die Webdisk um, was auch immer. An unsere Entscheidung, wie es mit diesem Forum weitergeht, könnt ihr nichts ändern. Wir setzen all unsere Zeit auf das kommende Projekt Lotus und nicht auf OMSI. Es bedarf auch keine weitere Meinungsbekundung. Uns ist bekannt, wie ihr das findet. Es war uns auch vorher schon bekannt. Unannehmlichkeiten müssen überwunden werden. Wir machen mit Lotus weiter und hindern niemanden, absolut niemanden daran, bei OMSI zu bleiben. Bitte organisiert euch jetzt miteinander. Die Alternative zur Teilschließung ist die vollständige Schließung. Wenn euch die lieber ist, lasst es uns gerne wissen. Da entsprechende Fragen kamen, der neue Moderatorin-Stab für dieses Forum besteht, wie auch im Lotus-Forum aus Marcel, Marvin und Janine. So, unter dem letzten Beitrag gab es einen Edit. Bedauerlicherweise fand es eine gekränkte Minderheit wichtiger, mit Halbwissen und ohne Faktenkenntnisse den Tod des Simulators und der Community auszurufen. Anstelle sich sauber zu verabschieden und ein Nachfolgeprojekt zu organisieren. Somit haben wir die Teilschließung inzwischen vorverlegt im Nachfolgeforum. Ne, ein Nachfolgeforum wird dennoch hier verlinkt, sobald es dafür bereit ist. Und zum ersten gab es auch nochmal einen Edit. Aufgrund des Verhaltens einiger Individuen ist die Umstellung auf Minimalbetrieb bereits zum 27.04. erfolgt. Also, wenn ihr das Ganze guckt, gestern bereits wurde das Forum jetzt schon, ja, im Minimalbetrieb aufgenommen. Was hattet ihr von der ganzen Sache? Schreibt es uns, lasst es uns wissen. Wir sind sehr, sehr gespannt auf eure Antworten, wie das Ganze hier weitergeht mit dem OMSI-Forum. Wir werden euch natürlich weiterhin auf den Laufenden halten. Aber so wie es ausschaut, wird sich daran wohl auch nichts mehr ändern lassen. Wie gesagt, so sieht es also aus mit dem aktuellen OMSI-Forum. Wir haben eigentlich gedacht gehabt, wie gesagt, dass es bis Sonntag warten kann. Aber das, wie gesagt, viele, viele Kommentare sind sehr, sehr kritisch. Aber wie gesagt, eure Meinung hier gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal.